Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal Fakten geflüstert über einen der berühmtesten Wissenschaftler, nämlich Albert Einstein. Ich habe mir insgesamt 22 Fakten ausgesucht und die fand ich sehr spannend. Wie immer, falls ihr Ideen habt für ein neues Fakten geflüstert Video, dann lasst es mich gerne in die Kommentare wissen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen an. Albert Einsteins Gehirn wog nur 1230 Gramm. Im Schnitt wiegt ein menschliches Gehirn 1400 Gramm. Sein Physikstudium schloss er als schlechtester seines Jahrgangs ab. Albert Einstein hatte ein uneheliches Kind, was er wahrscheinlich nie in seinem Leben gesehen hat. Der nächste Fakt, für seine 29-seitige Doktorarbeit braucht er, jetzt kommt's, fünf Jahre. Die Gutachter kritisierten diese Arbeit als kurz, vater und bedeutungslos. Albert Einsteins erste Frau musste sich an ein paar Regeln halten. Sie musste unter anderem dreimal am Tag Essen kochen, aufhören zu sprechen, wenn er es verlangte. Und es gab auch keine Intimität, wenn sie nicht von ihm aus ging. Der nächste Fakt, Albert Einstein trug ungerne Socken. In Princeton war er Mitglied des Vereins NAAC. Das war eine nationale Organisation für die Förderung farbiger Menschen. Einstein wechselte viermal die Staatsangehörigkeit. Erst Deutsch, dann Schweizerisch, dann wieder Deutsch, dann Englisch und dann US-Amerikanisch. Seine zweite Ehefrau war seine Cousine. Mit 15 fälschte er ein ärztliches Gutachten, um die Schule zu schwänzen. Mit 17 gab er seine deutsche Staatsangehörigkeit auf, um den Militärdienst zu entgehen. Albert Einstein lernte erst mit vier Jahren sprechen. Einstein bekam das Angebot, Staatspräsident Israels zu werden, was er jedoch ablehnte. Albert Einstein starb, weil er eine lebensrettende Operation ablehnte. Es war nämlich so, dass er seit Jahren an einem Aneurysma im Bereich der Aorta litt und am 17. April 1955 führte dies zu inneren Blutungen. Eine Operation lehnte er mit der Begründung ab. Ich will gehen, wann ich will. Es ist geschmacklos, das Leben künstlich zu verlängern. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Es ist Zeit zu gehen. Und das will ich auf elegante Art vollbringen. Er starb am darauffolgenden Tag. Albert Einsteins Gehirn wurde ohne Erlaubnis entnommen. Der nächste Fakt. Entgegen der landläufigen Meinung war er in Mathe gar keine Niete. Er war sogar meist der Klassenbeste und hat die Erwartungen seiner Lehrer oft übertroffen. Er hatte ja mit seiner ersten Frau eine Tochter. Aber es gibt keine Aufzeichnungen darüber, was mit ihr passiert ist. Also, sie wurde im Januar 1902 geboren und starb vermutlich im September 1903 an Scharlach. Es wird angenommen, dass sie mit einer geistigen Behinderung auf die Welt kam. Der nächste Fakt. Er bekam den Nobelpreis nicht für seine berühmteste Theorie, nicht für seine Arbeit an seiner berühmten Relativitätstheorie, sondern für seine Verdienste um die theoretische Physik, besonders für seine Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen Effekts. Das gesamte Preisgeld ging an seine erste Frau als Teil ihrer Scheidungsvereinbarung. Seine Augen befinden sich in einem Safe in New York. Albert Einsteins Hauptleidenschaft galt nicht der Wissenschaft. Trotz aller Talente und Leistungen machte die Musik Einstein am glücklichsten. Er reiste nie ohne seine Geige und sagte einmal, ich kann mir mein Leben ohne Musizieren überhaupt nicht denken. Ich erlebe meine Tagträume in Musik. Ich sehe mein Leben in musikalischen Formen. Der vorletzte Fakt. Einstein ist Pazifist. Er zeigt Sympathie für den Kommunismus. Galt deshalb als Sicherheitsrisiko und wurde vom FBI überwacht. Und nun der letzte Fakt. Einstein setzte sich für die Abrüstung ein. Er träumt von einer Weltregierung, kämpft gegen Tierquäler, wird Vegetarier und sagt über Gott, Wissenschaft ohne Religion ist lahm. Religion ohne Wissenschaft ist blind. Und ja, das waren 22 Fakten über Albert Einstein. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Fakt ihr am spannendsten fandet oder was euch vielleicht sogar ein bisschen schockiert hat. Und falls ihr noch andere berühmte Persönlichkeiten kennt oder andere Themenbereiche für ein neues Fakten geflüstert Video, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das auch in die Kommentare schreibt. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.